Ich bin Christian Schnieper und ich habe drei Sachen mitgenommen. Das erste ist ein Bauhelm, weil auf unseren Baustellen ohne ausländische Arbeiten gar nichts laufen würde. Das zweite ist ein Spritzen, weil auch im Gesundheitswesen die Ausländer eine ganz wichtige Rolle spielen. Schon x-mal habe ich mir die Hand verschnitten und bei Ausländischen Ärzten tipptopp zusammengeflickt worden. Und das dritte ist ausländisches Essen, heute Frühlingsrolle, um zu Nacht ein Guten. Untertitelung des ZDF, 2020